Musik 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 In my wake Hold along Faith in escape Draws you on Musik Alles klar Digga Musik 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 Music Musik Musik enson Gebt einen Grund zum rennen, dann mach ich's auch gleich hinter Verstecken, nein. Versuch was da wert, ne? Behold. Alles klar, Digga. Everything has already been written. Jungs, die sind echt hässlich. But perhaps you will attempt to change your destiny. Jawoll, Digga. Good morning. Ah! Hey, Kaiski. I wonder why I still take these things. Das ist doch ganz lecker. Jawohl, Schlaftabletten. Oh, komm, warum nicht? Oh, das ist Whisky. Scheiße. Das wird mein Schicksal verändern. Oh, genial. Es ist schon seitdem, dass ich etwas anderes als meine Nachtmärkte schlagen habe. auch weiß nicht das Spiel heißt Call of Cthulhu wird für ein Spiel wird das wohl sein Oh, Fähigkeiten. Oh nee, kein Bock, dass du das hier bist. Ermittlungsabend. Dankeschön. Das war alles wichtig. Ich hätte das jetzt schon... Das hätte ich jetzt mal gerne... Schnauze! Wie öffne ich denn das an? Schnauze! Okay. Tag und... Ah! Ah... Wow, er schießt gleich hier nochmal. Der Schnauze, ich geh ja gleich... Mariette Frau geht mit ihr Mädchen weg. Mein Mann konnte es nicht verstehen. Immer diese Ehemann. Wenn ich verarschen lässt, dann nichts drin ist. Die Wentworth-Agency hat keine Top-Notch-Case. Ich war schon ein Avid-Leader. Ich war zu lange, seit ich in einem Bett gelebt habe. Ich bin der Schnauze. Ich bin der Schnauze. Ihr seid Edward Pierce? Private Investigator, kontraktiert von der Wentworth-Detektiv-Agencie? Das ist korrekt. Hallo, Herr Pierce. Ich bin Lucy Schauerfeld. Ich bin der Schnauze. Ich bin der Schnauze. Ich bin der Schnauze. Ich bin der Schnauze wegen eines Problems mit Ihren Falt. Ein Falt hat ein paar von unseren Dokumenten verloren. Ist das richtig? Ich bin sehr entschuldigt, aber ich muss deine persönliche Informationen wiederholen. Ah. Ah. Mhm. Ich bin der Schnauze. Ich bin der Schnauze, ich bin der Schnauze. Ich bin der Schnauze. Herr Piers, das ist jetzt start, an wie auf einfache Frage. Ich weiß, ein Fragen zu stellen? Was ist denn? Wie Sie wissen? So, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And, it would seem, you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem. And I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Steven Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl. She is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who was already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me... Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic. A rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes. Please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. A warehouse on Darkwater. Or... Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Of the Brown �rappin'. That's all I have on. That's all. I'm thinking... You have a friend. Wronginander. My sister. I wasma owner. I wasma owner. And I have a Da kann ich jetzt während der da ist trinken. Schade. Das Gemälde unter sich. Wie ist das Gemälde? Wo hast du das denn abgestillt? Ich hätte nicht aufgepasst. Gemälde das Gemälde. Wie hättest du? Hat er das denn hin? Warte. Was? Oh. Um. Das Gemälde. 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 Was heißt das? Ich wusste nicht, was sie mit dem. Meine Fälde war eine enigmatische Figur, Herr Pierce. Du musst herausfinden, die Wahrheit über sie. Und die Tod. Die Sendung steht, Warehouse 36. Das stimmt. Es kam mit Sarah's letzte Schilder. Und du denkst, dass deine Frau die Sendung sein könnte? Das ist das, was du musst herausfinden. Gehen zu Darkwater. Find Warehouse 36. Die Sprache könnte genau so sein. Ich denke, dass deine Frau die Sendung ist. Das ist das, was ich glaube, auch. Es war drei Monate vorhin, dass ich den Begriff von der Polizei gesagt habe, um meine Frau zu sterben. Und noch kurz danach, diese Schilderung wurde in meinem Haus geöffnet. Die Schilderung ist mit diesem Fall, kannst du sehen? Du musst finden die Sprache hinter all das. Die Schilderung ist mit einer bestimmte Sache, Aber die Polizei stecken mit der Achsehneintheorie. Obwohl sie sagen, dass Sarah's mental state war. Ich glaube, Sie sind richtig, Herr. Das Fall ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ich bin sicher. Ich glaube, dass es mehr zu diesem Fall ist, als nur ein Achsehnein. Der Sender's label mentions Warehouse 36. Das stimmt. Es kam mit Sarah's last painting. Und du denkst, deine Frau könnte sein? Das müssen Sie herausfinden. Gehen zu Darkwater. Find Warehouse 36. Ich denke, ich beginne zu verstehen. Ich bin bereit, alles zu tun, um meine Frau zu erheben. Ich bin bereit, Frau zu sein. Ich bin auf deinem Seite. Ich bin auf deinem Seite. Ich bin bereit. Sie sterben, mit ihrer Familie in einem Hausfire. Ihr einzigartig ist eine Art von Premonteri-Painting, von Darkwater, vor der Todesmacht. Correct. Und die rumöse über ihre supposeden Folly. Which you nicht totalen Vergnügen. Findet das Warehouse. Findet die Wahrheit über Sarah Hawkins' Todesmacht. Du wirst ganz gut compensatet. Okay, ich nehme die Falle. Ich gehe zu Darkwater und schaue die Todesmacht. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. Yeah, it's kind of weird. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Bin ich jetzt schlauer geworden? Ja, ich bin schlauer geworden. Nice. So. Gut, wir haben da einen Geschäftsfreund von oben. Ja. Oh nein. Würde ich mir so auf jeden Fall an die Wand hängen. Ich war so auf jeden Fall ein Avid-Leader. Unnötige. Oh geil, ich hab Blut. Alter, wenn der Typ da draußen noch mal gut ist, ey. Rascht aus. Erstmal einen Schluck trinken. Zum Wohle. Das geht's mir zusammen. Vielen Dank.